Hallo und herzlich willkommen zu meinem Blog. Heute wollen wir mal Bananen aus Samen aussehen. Das ist Moussa Velutina. Das ist eine rote Zierbanane. Dazu bereiten wir uns mal den Behälter vor. Die Samen sind jetzt 48 Stunden eingeweicht. Laut Beschreibung 24 Stunden bis 48 Stunden. Ich mache hier etwas länger um die Quote zu erhöhen. Dann verteilen wir die Samen einfach hier drauf. So. Und der eine noch. So. Dann drücken wir die Sache etwas ein. Einmal ein Stückchen rein drücken. Und man kann das Loch vorher machen. Dazu kann man sie so einen Pik hier stoppen nehmen. Mit dem Finger geht es auch. Dann bedecken wir das Ganze ein bisschen. So. Jo. Im Großen und Ganzen war es das jetzt schon. Nur warm machen. Äh, warm machen. Nur nass machen. Und dann kommt es auf die Heizung. Und wenn man frische, gute Samen hat, dann sollten sie innerhalb von 15 Tagen schon mal anfangen zu keimen die ersten. Kann auch bis zu 3 bis 4 Monate dauern. Ich halte euch auf dem Laufen. Danke für euer Interesse. real度 an. So, wie es geht bei einem